recht herzlich willkommen zu einer neuen folge minecraft together mit dem knolle hallo ich bin auch da knolle ist auch da und wir sind wieder auf dem damakasch server und ja wir wollen weitermachen hier ist eine spitzhacke die kann ich bestimmt aus der truhe so rausnehmen oder ja die brauche habe ich sie gemacht noch zwei stücke brauchen für eine schaufel aber naja jetzt brauche ich nicht unbedingt eine schaufel so ich hätte das ganze eisen mitgenommen voll genau ein paar steine in den ofen getan da sind auch noch welche drinnen gut dann lass die fünf noch arbeiten und ich bastel mir noch mal gerade die zu ende und dann gucken wir dass wir am turm weiterkommen ich gebe jetzt mir jetzt mal noch ein paar steine ein paar stein 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 da hat einer gut hat einer ausgeräubert das war nicht weiß ich wo ausgeräubert bei damakasch da war gar nicht mehr so viel drinnen vielleicht hat damakasch selber was gebaut könnte ja auch sein dann das ist nicht ausgeräubert auch alles ausgeräubert habe ich alles gemütet so ich habe jetzt erstmal noch mal vier stacks sollte wohl wieder für den anfang reichen okay ich habe nur 64 da war das weizen rum und fahrgabe 10 und los geht's okay so hier geht es auch schon wieder weiter das passt noch alles dann machen wir uns hin der turm wechseln gedeiht ne das passiert wenn man nicht okay alles gut wenn man die fahrgabe nicht sieht dann kommt man hier an kommen da irgendwo anders anders ja er kommt man die station vorher an okay aber ich bin richtig gefahren gut okay ja jetzt brauche ich hier erst noch weiter okay ich habe auch schon wieder keine steine mehr sehe ich gerade auch schade gut ja dann müssen wir schon wieder steine haben ich komme ja gerade mit einer neuen lieferung okay weißt du wenn du mir wenn ich jetzt noch geld dafür kriegen würde dann wäre ich auch wahrscheinlich ein express post boot aber okay ich kann kein geld für dass ich so schnell bin war hier jetzt nicht gerade ein eingang nach unten ah ja da ist der eingang nach unten geht doch da hinten ist die kathedrale gut so schön abbauen hier wunderbar alles aufsammeln überall aufsammeln jetzt weiß ich nicht mehr wo das wasser war hier war das letzte mal ausprobiert wo die achs kaputt gegangen ist da gab es ja noch kohle und sowas hier arbeite ich mich da noch weiter voran da ist der turm ich bau den jetzt erstmal wie hoch sollen der noch werden ich weiß es noch nicht mehr so mal gucken keine direkten vorstellungen dafür was aber noch zweimal hier hoch ist das jetzt schon oder ist eigentlich höher als die kathedrale an sich auf jeden fall ist der turm atom ist das höchste von der kathedrale treppen leer sind ab den ofen damit das raus gut läuft erstmal dabei dann zur werkbank dass ich wieder steine krieg also da sind auch noch welche steht jetzt ob ich es falsch verteilt so 36 habe ich wieder erst nur die anderen brutzeln an dem ofen komm ich jetzt von hier rein verkehrt oder nicht so also der turm ist jetzt glaube ich viel höher als die kathedrale okay das sieht man sieht auch ganz nett aus ich gehe da mal hoch okay hier fehlen die ersten steine hier hier aus morgen nee das war verkehrt oder nee hier ist was falsch gelaufen schon da ist ja die treppe der kundern aufweckt da müssen noch steine hin und wird schon wieder dunkel ja und ich habe schon wieder keine steine mehr ja gehen wir runter ins wäldchen jetzt bin ich ganz runtergefallen mist kaputt oder was nee aber es war schon sehr ah es war nicht sehr knapp ich dachte ich wäre jetzt ins loch gefallen dann wäre ich glaube ich vorbei okay ein ob ich jetzt irgendwo aufgesammelt einstein aber schlafen erstmal das ist mein schwert habe ich dein schwert nein das liegt mir noch gut gucken wir zu dass die nacht rum kommt gut wunderbar gucken wir in den ofen und dann wow da liegen zwei stacks drin keine kohle mehr im ofen sonst steht hast du noch kohle ah ich habe welche sehe ich gerade wow zwei stacks aus dem ofen okay oder von mir wer weiß ja waren da noch mehr stacks im ofen aber jetzt gar nicht darauf geachtet ich habe das gerade das war das was ich von damakisch noch hatte okay der ist leer oh da sind immer 33 drin auch schön und ich muss ja erstmal welche bauen ne da brauche ich eine bergbank für jetzt ist aber vorbei jetzt bin ich eher so weit runter gefallen nochmal jetzt pass ich auf so jetzt habe ich es geschafft zumindest sage ich dass ich jetzt aufpasst und gleich werde ich wieder unterfahren was macht er wieder einen dahinten ach ich bist krise hallo shift hast du drücken mach doch diese steine geteilt oder nicht ne steuerungstaste ne ich weiß es warte warte wie ging das rechtsklick rechtsklick und rechtsklick rechtsklick und rechtsklick nehm nicht mehr jetzt habe ich irgendwas geschafft tatsächlich aber und wieder drei es sind immer drei über ich weiß nicht warum da sind noch 49 konnte zu ihm ein paar mehr diesmal aber das war knapp hinten muss ich rein naja also eine säule steht schon wie säule sieht man doch ok schön schön so wir müssen aber da auch noch weiter ziehen dann ne super geklappt genau das wollte ich ich glaube wir nicht die ganzen kürbiskuchen essen das muss auch zu das auch das auch da nein aber keine steine mehr keine steine mehr keine einzigen ja ich glaube aber dann ist die höhe auch irgendwann erreicht da oben ne kann das sein bisschen runter gefallen ich glaube heute ist die folge des fallens ok ja ich glaube das ist auch die maximale höhe so ungefähr man muss zwar noch drei blöcke oder so höher bauen damit man auch richtig stehen kann aber ok sehr gefährlich aussehen so mal gucken wie das von der ferne aussieht naja man sieht etwas raus stehen aber mehr auch nicht ok m in dem Sinne ist das noch gar nicht so imposant der müsste noch zwei mal so hoch sein dann wäre das richtig gut aber die Folge ist jetzt auch schon wieder rum ne echt schon wieder schon wieder so da geht es hoch das heißt hier schon wieder außen man da die die hier die 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 ja okay wir mal schauen wie wir das hier weitermachen wie war die maximale Höhe 256 glaube ich okay da haben wir noch Platz meinst du? ein bisschen ja kannst ja gucken wenn du F3 drückst da müsste irgendwo stehen wie hoch das da ist okay ich hab noch einen Stack hätt ich noch aber irgendwann sollte man dann vorsichtig sein von hier oben sieht das zwar ganz schön aus aber von unten kommt das nicht so rüber noch nicht meinst du oder? ich weiß es nicht so warte mal wo steht hier die Höhe? aber wir sind ja noch vor 95 also was ist noch? 160 Blöcke gut dann müssen wir jetzt in den Innenbereich dann gehen auf jeden Fall sollten wir hier Fackeln setzen gut da geht es immer noch höher und das ist jetzt immer noch höher und da geht es immer noch höher okay so wenn du mal rein von hier runter springst dann bist du dort okay so hier nicht mehr Treppe hoch ne Treppe Ende hier ja ist jetzt aber auch die Zeit gekommen okay kommst du? ja herunter springen wir schneller ne? oder her oder? ja so schlimm ist es ja nicht ne? oh Glück gehabt fast wäre ich unten gewesen wo bist du denn runter gesprungen? ganz oben oder was? ja ich wäre fast da schon bei einer Seite runtergefallen okay von hier sieht es noch so ein bisschen aus wie so ein Ameisenbau in so einem in so einem Glashaus ja wie auch was man das nennt Terrarium da oben ist dann die Antore da müssen wir irgendwo eine Glocke reinbauen oder sowas ja schauen wir dann okay gut dann würde ich sagen gehen wir erstmal pennen oder? ja das geht nicht hell draußen gut ja gut dann würde ich sagen rechtlichen Dank fürs Zuschauen und wir würden uns freuen wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid bis dann tschüss tschüss